Servus und hallo, sagt der DJ Nick. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Big Ambitions. Ja, es warten wirklich tolle Aufgaben auf uns. Ja, also wir müssen, ich muss einmal nachschauen, ganz kurz zur Orientierung. Wir müssen nix, Wein und Spirituosen wollen wir einmal voll beliefern. Das fällt ein bisschen. Das ist also alles auf 100 Prozent. Das schaut ganz gut aus. Da müsste man jetzt einfach warten, ob der Umsatz rumkommt oder nicht. Hat sich noch ein bisschen schwieriger angelassen. Werden wir sehen. Der Juwelier ist noch geschlossen. Sorry, ich muss mir ganz kurz nochmal. Ah ja, genau. Da haben wir jetzt schon mal die Jenny aber drinstehen. Das ist der nächste Plan. Was ich auf einen Fall, es waren jetzt nochmal zwei, drei Tipps von euch. Und ja, ich habe es nicht vergessen. Also ich will unbedingt. Koste es, was es wolle. Wir werden jetzt wirklich nur schauen wegen der Steuer. Das ist jetzt in vier Tagen. Ich glaube, die vier Tage können wir noch warten. Und dann möchte ich auf alle Fälle endlich unsere eigene, unser eigenes Firmenbüro jetzt endlich machen. Ja, wir haben schon so viele Mitarbeiter. Nämlich, wie haben wir denn eigentlich? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierze, fuchzehn, sechzehn, sechzehn Mitarbeiter. Opa. Ja, wir brauchen auf alle Fälle jetzt etwas mit sechzehn Mitarbeiter. Da muss man eigentlich eine Firma gründen. Das geht ja auf drei beruflicher Basis, wie wir arbeiten können. Aber wir brauchen eben auch noch jetzt das Geld für diese teuren, für den teuren Schmuck. Das möchte jetzt einer einkaufen. Also einiges los. Einiges los. Deswegen gar nicht rum tun in den Großhandel. Da machen wir jetzt die Wein und Zigarre. Wir laden uns knallen und das Auto ganz voll. Und dann hoffen wir, dass wir beim nächsten mal da dann eben einen, äh, dann eine Lieferung machen können. Dann Büros mit Personal und Lieferchef und so weiter und so weiter. So schaut's aus. Das sind die nächsten Pläne. Ähm, nam 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 nam. Aus den Sackkarren. Tu ihn raus. So. Jetzt weiß ich leider nicht mehr, wo das war. Kaffee, das ist das ganze Essenszeit gewesen. Das war da herum. Preiswetter Schmuck. Nein, den brauchen wir nicht. Hier, Zigarren. Eins, zwei, drei, vier. So. Vielleicht ein bisschen mehr Wein. Oder, Moment, ich muss mal schnell schauen, wie ist denn das Wie hat sich das verkauft? Oh, ja. Also wir verkaufen definitiv wesentlich mehr Zigarren wie Wein. Und, aber die Zigarren sind ja auch im 225er-Stack und die Weinbranche im 25er-Stack. Also muss man wesentlich mehr Wein logischerweise dann mitnehmen. So. Wie viel haben wir schon? Acht. Acht. Zwölf. Nein. Mann. Nein. Also das gibt's ja nicht. Jetzt hab ich schon so viele Sendungen gemacht und steh' mich immer noch an. Zwölf. Die Sackkarren verbraucht auch einen Platz, so wie ich das jetzt mitgekriegt hab. Zwölf. Ja, dann. Dann haben wir, also 13, 17. Ei, mehr passt nicht rein. Okay. So. Bis 19. Ja, ja, schon. Aber die Sackkarren muss ja einer rein. 20, ganz genau. Passt. So. 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 Okay. So. muss ich es mir leider in der Karte nochmal aufrufen, ich weiß es ja nicht genau. Das ist ja unser Schmuckdantler und Winery is here. Wine and Cigars. Okay, gut, dann auf geht's. Eigentlich wurscht, dann fahren wir gleich hinauf. Da ist ja zu viel Verkehr. Da haben wir schon Parkplatz vor der Tür ausgezeichnet. Das sollte man vielleicht beim Fahren immer tatsächlich beachten, dass man so hier fährt, dass man halt in der richtigen Fahrtrichtung steht und gleich ausladen kann. Ich glaube, wir haben fast ein bisschen zu viel Zigarren gekauft, ob ich das mache. Das ist okay. So, das war mal das. Dann gibt es erstmal keine Warnungen mehr. Jetzt müssen wir nochmal noch schauen, wo Not am Money ist. Es ist eh schon wieder zwei Nachmittag. Gott sei Dank haben wir echt unsere beiden Geschenke laden, die uns sozusagen, das ist echt der Rücken unseres Ganzen. Vielleicht sollten wir noch ein Geschenke-Laden aufmachen. Wir haben jetzt den Murray an und, aber ich mag halt diese kleinen Läden, ich will jetzt keinen großen aufmachen. So, das war Wine & Cigars, wir schauen jetzt mal beim Juwelier aus. Kundenservice. Ja, das ist jetzt die Frage mit den, genau, mit den teuren Juwelen. Der kostet was? Irgendwas mit 40.000. Das haben wir jetzt im Moment gar nicht. Also muss man sowieso den Tag jetzt mal abwarten. Jetzt muss ich nochmal schnell reinschauen. Entschuldigung, weil ich jetzt nochmal nach den Zeitplänen schauen will. Okay, also, passt alles, nix Gifts, haben wir ja eigentlich schon seit langem eingestellt. Wine & Cigars, wie ist es mit dem Zeitplan? Ach, da schaut es jetzt gut aus. Jawohl, da ist voll auf. 20 Stunden mehr ist einfach nicht drin. Ich werde jetzt noch vier Stunden, aber das finde ich in Ordnung. Alles ist auf 100 Prozent. Mehr können wir nicht rausholen im Moment. Mit den Preisen, das überlegen wir uns später nochmal. Dann, Juwelier, was haben wir da? Äh, Juwelier, haben wir, Zeitplan. Ne, Zeitplan. Okay, da haben wir im Moment nur die Nanny Morris drin. Gut, Frau Hammer. Und am Wochenende die Maya Miller. Genau, das steht schon. Also fehlt uns noch eben diese eine Vollzeitkraft. Ich muss das alles nochmal kurz ins Gedächtnis rufen. Warum haben wir nicht zugewiesen? Warum haben wir noch zwei in der Ausbildung? Wo fehlt dann noch jemand? Müssen wir mal schauen. Nix Gifts hat vier, Nix Gifts Murray hat nur drei und Nix Jules hat nur drei. Da fehlt also jeweils einer noch. Okay. Gut, das können wir jetzt auch abwarten, bis die fertig sind, die zwei. Übrigens, wenn man sich einen Personalchef einstellt, so ein bisserl habe ich mich jetzt natürlich schon informiert. Dann, der kümmert sich eben auch um, und das finde ich eigentlich ganz gut, wenn jemand krank ist, das ist natürlich gut. Und auch um die Ausbildung. Das ist natürlich jetzt irgendwie blöd, weil ich meine, wir müssen ja eigentlich überhaupt gar niemanden ausbilden, weil wir haben ja schon alle ausgebildet. Also ist halt immer so ein bisschen die Frage, ob sich das am Ende dann wirklich lohnt. Aber früher oder später, ich meine, wir werden ja noch mehr Läden aufmachen, lohnt sich das am Ende dann doch? Und ich glaube, dass so ein Business, und das schauen wir uns jetzt gleich an, wenn wir daheim sind, ich glaube, dass so eine Business-Mietung, schauen wir uns gleich, nicht so viel kostet. Und auch ein Mitarbeiter, glaube ich, ein Personalschef kostet auch nicht so viel. Ich denke, das können wir uns locker leisten. Aber eben Steuer, tralala, tralala, jetzt kommt gerade wirklich eine jede Menge zusammen. Ja, ich bin wahrscheinlich gerade ein bisschen zu ungeduldig, aber gut, okay, macht nichts. Ich hoffe, euch macht es nichts, dass ich so ungeduldig bin im Moment, weil ich will jetzt einmal, dass es ein bisschen auch etwas vorwärts geht mit den Größeren eben. So, und damit ein bisschen ruhiger wäre, Nervennahrung. Ja, Nahrung, Einkauf ist immer gut. Mama hat immer gesagt, wenn wir für was ihr Geld haben, dann für was Gescheites zum Essen. Da hat sie recht. So. Okay, Essen haben wir jetzt wirklich nicht mehr. Alles klar. Dann waren wir fleißig und jetzt, was machen wir zuerst? Ich wollte zuerst noch mal ganz kurz jetzt eben, na, ja, ich wollte mit dem Economic View schauen. Wollte eben hier nochmal schauen. Entschuldigung, das ist so blöd, wenn man tausend gleiche Gedanken im Kopf hat. Also, ja, die Umsätze im Geschenkelladen ist gut. Mein Wein hat ganz schön angezogen gestern. Also, da hoffe ich, dass da jetzt so noch mehr rumkommt. Dann würden die beiden Läden wirklich gut laufen oder alle drei Läden und mit dem Jules. Also, zumindestens, glaube ich, fahren wir jetzt besser wie mit unserem bläden Kaffee. Das ist mir ja wirklich ganz schön auf den Mann gelegt. Okay, dann eben ganz kurz mal diese Geschichte nochmal. Also, wir brauchen Büros. Wäre hier so ein kleines Büro mit 75 Euro. Ich glaube, dass der Verkehrswert für ein Büro ja völlig wurscht ist, oder? Das weiß ich jetzt nicht genau. Würde aber keinen Sinn machen. Warum denn auch? Da hockt man dann jemanden rein und mit zwei, drei Schreibtische. Was kriegen wir in so ein kleines Büro? Vier Schreibtische kriegen wir auf alle Fälle rein. Und muss ja auch kein Riesending sein. Und da könnten wir dann unsere Firma gründen. Es wäre halt auch gleich hier um die Ecke. Wobei wir da wahrscheinlich nie hin müssen. Was bedeutet denn das hier vier? Also, dass da vier Leute drin arbeiten können? Ja, eben. Das weiß ich ja genau. Und das kostet neun Dollar tägliche Miete. Also, das ist ja eigentlich ein Witz. Und deswegen miete ich das jetzt gleich. Und jetzt ist die Frage Neues Unternehmen gründen. Hauptsitz. Machen wir das jetzt gleich, oder? Gibt es irgendeinen Grund, warum wir das jetzt nicht gleich machen? Ja, doch wähle einen Namen für dein Unternehmen. Ja, eigentlich, ich habe schon gestern so ein bisschen rumgespielt mit den Gedanken. Und es gibt nur eine Möglichkeit. Es tut mir wahnsinnig leid. Unser Unternehmen heißt Kanal 4000. Ist jetzt nicht sonderlich innovativ, aber man kann es zumindest merken. Und zwar den Hauptsitz. So, Unternehmen gründen. Das können wir alles wieder kündigen, alles wieder zurückgeben. Dann machen wir uns einmal ein schönes Hauptlogo. Finde ich gar nicht schlecht. Ein Stapelstapel garantiert nicht. Nein, das finde ich auch bläht. Das schaut ja aus wie, na, das gefällt mir auch nicht. Also, sonderlich innovativ sind es nicht. Diese Piktogramme, hat man sich schon etwas Bisses einfallen lassen. Ich muss einmal schauen, ob ich selber welche noch kriege. Ich habe da Connections, ne, und könnte einmal schauen, ob ich da irgendwie selber was aufstehe. Kanal 4000, mit Auto drauf, na, nicht so etwas mit einer Waage. Schaut sich nach Gericht aus, wäre eher Anwaltskanzlei. Ein Kühlschrank, weiß ich gar nicht warum. Naja, das ist eher Werbeagentur. Also innovativ, ja, aber halt auch ein bisschen zu wenig Auswahl. Das ist dann ein Supermarkt. Na gut, ich nehme jetzt mal das. Weiß, das ist so ein bisschen neutral, das kann alles bedeuten. Hintergrundfarbe, blau wäre mir eigentlich am liebsten. Gelb, das ist das einzige. Oder weiß. Oh ja, weiß ist gut. Schriftfarbe, auch weiß. Kanal 4000, da ist doch ganz witzig. Anton, das gefällt mir gut. Änderung speichern. So, also, wir können einstellen, einen Personalleiter, einen Einkäufer, einen Logistikmanager. Ich glaube, der Typ kümmert sich dann um Lieferzeiten und so weiter. Unsere Bürozeiten lassen wir so. Und dann würde ich sagen, weil wir das jetzt haben, werden wir auch gleich mal, also unser Büro ist hier um die Ecke, da gehen wir jetzt gleich mal rüber. Dann brauchen wir natürlich auch Bürotische und so weiter, aber da lasse ich mir jetzt noch ein bisschen Zeit. Da würde ich doch gerne warten, bis die Steuer jetzt noch. Ich hoffe nicht, dass uns das jetzt weggeht. Oh, was haben wir denn da? Okay. Okay, okay. Also, okay, also, ja, können wir vier Schreibtische reinstecken. Finde ich eigentlich okay. Muss ja auch nicht viel hermachen, oder? Es steht ja gar nicht auf unserer Bissment-Liste drauf, hauptsitz. Okay, wenn wir hingehen, Economic View, alles klar. Gut, ist doch ganz nett. Also, da müssen wir noch ein bisschen Bleibtische kaufen. Aber wie gesagt, da lasse ich mir jetzt ein bisschen Zeit, ist hier bei uns um die Ecke. Irgendwann ziehen wir mal ein größeres um, wenn wir mehrere Personalleiter und so weiter brauchen. Jetzt im Moment wird es ja nur einer tun. Aber, können wir mal schauen, dass wir uns Personalvermittlung, kannst du, oder müssen wir da auf zu einem anderen gehen? Kanal 4000, Fähigkeiten aus. Aha. Den laden, also, müssen wir auch reinigen. Aber ich glaube, das ist der falsche Ansprechpartner, gell. Für die Rekrutierung, müssen wir wohin? Ich müsste doch dann auch Unternehmen, rörbehörde Nationalvermittlung ist der. Moment, ich mach das einmal aus. Büros ausmachen. Personalvermittlung, weiß ich jetzt gar nicht. Kriegen wir denn diese, so halt, dieses Schiff. Gibt es da noch einen? Ich bin jetzt ein bisschen baff. Gibt es nur ein Personalvermittlungsbüro? Anderson Recruitment, aber den kennen wir ja schon. Hm. Hat er mich jetzt kalt erwischt? Ähm, ich schaue mal kurz nach, ob ich da Angestellte, Personalleiter, ah, von City Workforce, sie können eingestellt werden von City Workforce. Das Fähigkeitslevel definiert, das Fähigkeitslevel definiert, ganz interessant, das Fähigkeitslevel prozent definiert, wie viele Mitarbeiter sie verwalten können und wie viele automatische Mitarbeiterschulungen kostet. Okay, braucht einen Computerarbeitsplatz, war klar. Okay, also die werden eingestellt beim City Workforce. Ja, und wo ist denn der? Halt blöd gefragt. Hier geht den bloß nicht. Ah, City Workforce, da haben wir ihn. Hat's schon geschlossen. Okay, dann müssen wir da morgen einmal vorbeifahren, dass wir, oh Gott, der ist ja ganz schön weit weg. Gut, ähm, damit wir den im Telefonbuch haben. Den haben wir nämlich noch nicht. Ja, alles klar. Dann würde ich sagen, soweit okay. Wir schmeißen uns nach Hause. Haben ja einiges geschafft. Essen. Spannung steigt mit den neuen Umsätzen und hauen uns natürlich jetzt endlich mal wieder vier Stunden vor dem Fernseher hin. So, wunderbar. Victoria Baker ist derzeit keinem Unternehmen zu... Ähm, ich soll ja auch was lernen dann. Ja. Macht Ausbildung, oder? Ja, gut. Okay, wunderbar. Ja, und dann hauen wir uns hin, schlafen wir mal endlich wieder gescheit aus und die Spannung steigt. Ja, wir müssen uns ja im Moment um nichts kümmern. 9 Uhr, 11 Stunden, sehr gut, tut uns bestimmt immer gut. Und 9.000 Gewinn gemacht. 18.000... Pause. 18.700 Umsatz. Na, endlich geht was. Na, endlich geht ein bisschen was. Es könnte auch noch mehr sein, aber es lässt sich langsam ganz nett an. Okay. Okay. Ich gehe mal davon aus, da komme ich halt einfach nicht so viel leid. Das ist jetzt ja auch nicht so gefragt wie Blüten-Donuts zum Beispiel. Okay. Okay. Das ist alles auf 100%. Dann würde ich sogar die Preise jetzt mal nochmal um 2 Dollar erhöhen. Merke ich mir immer, ich mache es immer in 2 Dollar Schritten, damit es auch wieder zurückgehen kann. Und... Okay, der Wein geht auch schon fast wieder aus. Das ist ja der Hammer. Zigarren haben wir jede Menge. Dann müssen wir uns vielleicht noch mal Wein-Lieferung kommen lassen. Beziehungsweise im Moment haben wir ja noch nichts zu tun. Könnte man eigentlich selber noch mal machen. 347 Weinflaschen ist 7 Tage. Finde ich ganz gut. Aber so lange ist ja das Geschäft noch gar nicht auf, oder? Haben wir die noch nicht. Okay, da müssen wir noch ein bisschen warten, denke ich. Bis wir da eine gewisse Logik drin haben. Okay. Dann, auf geht's. Haben wir ja schon gesagt. Jetzt geht es erst einmal zum Personalvermittler. Den machen wir jetzt gleich mal. Muss ich mir mal in die Karte reinschmeißen. Wo war der jetzt? Ne Güte, der ist ja echt weit weg. Ende der Stadt sozusagen. Auf geht's. Noch drei Tage. Kommt dann die Steuer. Wird sie uns umbringen. Wäre es besser, das Geld auszugeben. Wahrscheinlich. Machen wir auch. Ich möchte an dem Tag vor der Steuer auf alle Fälle noch eine Kiste mit dem teuren Schmuck kaufen. Kostet fast 50.000. Dann wäre das Geld nämlich weg. Ich glaube, das ist gar nicht so unkussend. So. Keine Unfälle bauen, bitte. Ist höher. Cooler alter Porsche Carrera. Ah ja, da sind wir schon. Ich gehe mal davon aus, würde ich natürlich jetzt logischerweise Sinn machen. Servus. Hallo. Personalvermittler. So, grüß Gott. Willkommen. Können wir es jetzt gleich mal machen. Und zwar für Kanal 4.000 würden wir einen, was nehmen wir als erstes, Personalleiter. Es geht jetzt einmal darum. Und zwar einen erfahrenen Anzahl der Kandidaten. Ich schicke uns mal vier Stück und zwar in zehn Tagen ist ein bisschen lang. in den nächsten fünf Tagen. Ja. 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 Nein, das machen wir. Oder soll man gleich mal den Einkäufer auch? Hat man eigentlich. Schaut dir jetzt nichts. Ist mir jetzt wurscht. Ein Käufer ist mir. Ja. Muss in ganzer Art sein. Man hat ja auch vier Einkäufer. Das kann aber ein bisschen länger dauern. Eine Woche. Jawohl. Gut. Das war's. Vielen Dank. Hoppla. Danke. Nein. Danke. Alles klar. Und dann bist du ja hoffentlich jetzt auch in unserem... Ja. Sehr schön. Da haben wir ihn. Gut. Das war das. Und dann könnte man ja eigentlich... Red Hammer. Vielleicht tatsächlich... Ach so. Moment. Jetzt würde ich gerade sagen Schreibtische kaufen. Aber das ist mit Schreibtisch und Stuhl ist es halt nicht getan. Da brauchen wir eigentlich auch einen Computer. Und das ist glaube ich recht teuer. Und wenn, dann sollte man halt gleich mindestens zwei Arbeitsplätze einrichten. Und dann nicht die jetzt mal mit einem daherkommen. Macht eigentlich auch keinen Sinn. Schau ich mir jetzt einmal an. Ich bin jetzt entspannt. Ich bin jetzt entspannt, weil ich nicht mehr so viele Sorgen habe, wegen den Minuseinnahmen. Wir machen kein Minus. Wir machen eigentlich nur Plus im Moment. Und zwar ganz gutes Plus sogar. Ach man. Ich will nicht aufpassen. Also fahren wir ins Möbelhaus und schauen uns das einmal an. Nein. Oha kommt auch noch. Natürlich kommt dann der fette LKW. So wie weit sind wir denn? Ah okay gut. Die nächste. Das war aber knapp. Gut gefahren. Gut. Ich bin eigentlich ein schlechter, ein mega schlechter Tastaturfahrer. Ja da muss ich ehrlich gesteht, da bin ich echt der Joypadfahrer. So GTA mäßig. Aber Tastatur, pfff. Eher happig. So wir fahren einmal rein ins Möbelhaus. Wir haben im Moment eh wirklich nichts zum Tor. Deswegen können wir ja mal schnell reinschauen. Ist jetzt ein Schreibtisch was anderes wie ein normaler Tisch? Ja, kann man davon ausgehen, oder? Tisch ist nicht gleich Tisch, oder? Also da haben wir ja diese Regaldinger. Die gibt es so und so. Schrank mit Türen und Schrank mit Schubladen. Einen anderen gibt es ja gar nicht. Dann haben wir hier Standardtische. Die kosten 390. Alles klar. Gibt es denn auch Schreibtische? Spezielle Schreibtische? Hier Standardtische. Standardtische. Nein. Okay. Es sind also immer die Standardtische. Computer kostet... Schreibtischplan. Computer kostet 900. Hm. Büroschreibtisch. Da haben wir es doch. Ist das jetzt ein Unterschied? Standard Büroschreibtisch. Kostet Tausender. Okay. Das ist ein Gaming-PC. Das brauchen wir eher nicht. Wir brauchen dann, wenn dann einen normalen Computer, oder? Die. Ich laufe im Kreis, weil ich mir das gerade überlege. Und wie das so blöd ist, wie mein Möbelhaus vergisst, da muss man den ganzen Kreisweg wieder zurücklaufen, um dann an der Lampe hängen zu bleiben und dann eben an. Wie das denn? Ja. Okay. Aber wie das? Das ist ja so. Wie das? Oder wie das? Ja. Muss nicht hektiken. Standard Büroschreibtisch nehmen wir zwei und wir nehmen, ich bin ja froh, dass es nicht noch extra ein Elektrogeschäft gibt, wir nehmen zwei Computer. Und dann brauchen wir natürlich noch Bürostühle, Mehrzweckstuhl, muss reichen. Was, der kostet 1200, ist ja krass. Der andere auch. Stumpmash Bürostuhl 2200. Gamingstuhl, 8000 verschiedene, naja gut, dann nehmen wir einen Mehrzweckstuhl. Zwei Mehrzweckstühle, ei, ei, ei. Mehr brauchen wir nicht, oder? Ich denke nicht. Halt, das ist wichtig. Pause, kurz. Wie weit seid ihr zwei jetzt? Ruth, wie weit bist denn du? 87 Prozent. Na komm, dann mach ich jetzt noch fertig. Und die Viktoria hat ja gerade erst angefangen. Auch noch? Gehen wir schon hin. Gut. 6000, müssen wir wurschen. Dankeschön. Jetzt noch. Der Masse. Folgen Sie der Masse. Alle kaufen einen Karton, nur ich nicht. Ich kaufe mehrere. Viele. Alles rein. Sehr gut. Ach, meine Güte, die halbe Stunde ist schon voll. Ja, ihr Lieben, darfst du die Sackkarte nicht mitnehmen, gell? Okay, gut. Dann würde ich sagen, leider, die halbe Stunde ist schon wieder vorbei. Dann mache ich jetzt hier mal am Parkplatz, am Möbelgeschäft ganz kurz Schluss. Das muss einfach dann sein. Ich will es nicht auch darum kümmern. Kommt die Meldung, Geschenke gehen bald aus. Da müssen wir mal checken wegen den Lieferungen und so weiter und so weiter. Ich denke, wir müssen auch noch mal Fure Wein besorgen. Es gibt viel zu tun, aber ich finde, es geht gut vorwärts. Jetzt haben wir heute mal unsere ersten. Die erste oder unsere eigene Firma ist gegründet. Und das ist doch schon mal ein wirklich ein toller Schritt. Danke fürs Zuschauen hier bei Big Ambitions. Und es schaut hoffentlich in der nächsten Folge wieder mit rein. Jetzt langsam geht was vorwärts. Bis zum nächsten Mal, sagt der DJ Nick. Danke. Servus. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal.